Get unready with me. Ich warte schon den ganzen Tag auf diesen Moment, dass ich mich abschmenke. Und ich zeige euch noch meine Lieblingsprodukte. Ich wimpern erstmal ab. Paradies. Als allererstes komm Reinigungsöl aufs Gesicht. Milder Cleanser. Toner. Hyaluronic Acid und Nierceramid. Jetzt kommen wir zu meinen absoluten Must-Haves von Kiehl's. Das ist das Magic Duo. Ich nutze erst Retinue Skin Renewing. Das Produkt sorgt dafür, dass das Haut bestraffer und glatter wird. Tada! Als letzten Schritt nutze ich die Ultra Facial Cream. Sie versorgt deine Haut für 24 Stunden mit Feuchtigkeit. Vor allem, weil ich auch hier ein bisschen trockener bin. Meine Haut ist glowy und glatt. Das war's mit meiner Skincare-Routine. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.